Jo, also heute leider keine Party bei mir, sieht man, weil wegen jetzt alle hier Fußball oder so gucken. Ich interessiere mich eigentlich nicht so viel Fußball. Für was ich mich interessiere, ist The Legend of Zelda. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt. Ich habe in meinem ersten Heroes Talk zwei vorgestellt, die mir sehr gut gefallen haben. Das waren die für den Color, ihr wisst, die beiden, die man verknüpfen kann. So, ich habe ja hier die Limited Edition mit der goldenen Fernbedienung und der CD, Soundtrack CD. Das ist ein tolles Spiel. Und die tolle Fernbedienung. Achso, und was ich zu dem Spiel noch sagen muss, ich bin zwar Zelda-Fan, wie ich sagte, aber das Spiel ist kasselig.